Hallo, ich bin Barham von You Are Here. Heute nehmen wir euch mit auf das Nürnberger Clubfestival Nürnberg Pup. Das Festival findet bereits zum siebten Mal statt und begeistert auch in diesem Jahr mit einem bunten Line-Up, das sich zwischen Pop, Handy und Hip-Hop bewegt. Auf über 20 Bühnen spielen heute Nacht 50 Bands und Solo-Musiker, tolle Konzerte und verschiedene Clubs, Kneipen und sogar eine Kirsche. Kommt mit und lasst euch überraschen! Wow, das war ziemlich cool bis jetzt. Ich hoffe, euch hat genauso gefallen wie uns. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn das Nürnberger Clubfestival wieder zum Tanz bietet. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.